So, jetzt muss ich Kohle verdienen, die gehören weg, die schauen schäbig aus, oder? Da, die gehören weg, schau dringst, die schauen schäbig aus und die gehören auch weg, da, die sind auch schon finish. Ich würde es zwar witzig finden, wenn ich auch ein bisschen pumpen könnte, aber das geht... Oh, schnell, boah, bin ich dumm. Schnell einkaufen, bevor wir nachher wieder dastehen. Nee, wir haben keine Recherchen. Ganz schnell. Ich meine, ich muss sagen, der Kassier taugt mir am meisten, weil er ist einfach nicht vorhanden. Ich weiß nicht, wie viele Tosts da seit dem Vortag gegangen sind. Ich kaufe einmal zwei rein. Wasser wieder ganz schnell, ganz viel. Das könnte auch wieder knapp werden sonst. Dann da wieder, tap, 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 tap. Und tap, 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 tap. Und wir haben schon wieder was eingekauft, was wir brauchen. Ich glaube, du kannst dir fast neben dem Studio eine Wohnung kaufen. Äh, ja, und wie? Wo sehe ich das, welche Wohnungen zum Kaufen sind? Niedrige Klasse, ich zeige dir meine niedrige Klasse, Alter. Schau her einmal da und jetzt da schleicht die Deppert da, Alter. Wir sind da ja nicht das Armutszeug, Alter. Schau einmal aus wie die Armenspeisung. Verpiss dich! Scheitzmitglied oder gar keinen, geh heim, Alter. Ich glaub, ich spinn. Niedrige Klasse, Alter. Alter, ich hab 100%, Alter. Ich hab Top-Qualität da. Da wird nix niedrige Klasse angenommen. Haben wir alles noch in Reserve oder so? Uh, die Tasts gehen gut weg. Fast. Sie ist versorgt. Haben wir wieder Zeit? Uh, ja. Uh, ja. Grüß Sie. Wie darf ich Ihnen behilflich sein? Standard, lass mir gerade noch gut gehen. Komm, durchgehen. Komm, geh weiter. Kollege, was hätten wir gelernt? Wipsa, mag ich das? Magst du richtig oder gar nicht? Mehr Duschen wären nicht schlecht, glaub ich. Aber jetzt muss ich mal Kohle verdienen. Jetzt hab ich alles verbracht. Leute, wie findet ihr das Gym? Würdest du in mein Gym trainieren kommen? Alter, da haben wir schon mal einen Spanner. Warte ganz kurz, ich muss kurz was regeln. Hör auf! Verschwind! Verschwind, hab ich gesagt! Schaut, dass ich nicht noch treten kann. Da hast du die Damen in... Der Nächste. Auf! Entschuldigung! Verschwind! Jetzt hab ich beide erwischt. So, das ist wieder gestunken. Ich kann halt damit antippen. Ah ja. Also die gestunkenen Leute, wenn sie anfangen zum Stinken gleich... Ich mein, das, Alter, so... So aufdringlich muss da mal sein. Ich hab noch nie gesehen, dass in einem Trainingscenter der Besitzer um einen unten läuft und die trainierenden Leute ohne zu fragen mit Theo einsprüht. Ich mein, wie viel mehr Shaming willst du machen bei den Kunden, bei den Zahlenden? Er muss Theo in die Fressen halten. Und wir schauen wieder einen Spanner. Schaut, dass du mitter klingst, wenn du da einmal irgendeine Alte belästigst. Drehe da drin... So, Alter, und dann kriegst du den... Hast du mich verstanden? Ich rein mit dir, Muttersöhnchen! Von einer Packpfeifen, gleich so rumjammern! Aber weil wir belästigen können! Der Nächste! Der Nächste! Komm her! Deppata! Deppata! Verschwind! Verschwind! Aber schnell! Schaut, dass du mitter klingst! Alter, sei froh, dass ich da kein Faust-Tätschen gehen kann! Ja, jetzt warten wir eigentlich einmal aufs Leveln. Und wenn genug Kohle da ist, werden wir noch ein paar alte Gerätschaften austauschen. Das ist eine gute Idee. Einfach, weil es besser ausschaut. Da kommen jetzt die neuen Gerätschaften hin. So, wo haben wir denn die Multi-Tolti-Funktionsgeräte, Alter? Peppi will ich echt nicht sagen, aber du stehst da ganz ungünstig. So, da ist gleich ganz was anderes da. Schon wieder ein gestunkener Teufel beim Trainieren. Ja, ich kann gleich, lass uns mal die gestunkenen anspringen da. Wer hat das, Alter, wo ist der Mechaniker? Schaut, dass du mitter klingst! Da ist was eh! Ja, da geht er hin. Da, was eh ist, was wollen wir? VIP! Gute Entscheidung! Nowhere! Ich glaube, ich brauche mehr Duschen. Wieder VIP! Oh, jetzt wollen sie alle noch mal VIP, weil wir 100% haben. Das ist geil! Da tut wieder keiner was! Wer trainiert denn bitte so? Mit dir? Was? Das war jetzt nicht mehr Absicht. Wer trainiert denn bitte in der Jeannhausen und im Hemd, Alter? Mein Bodyshaming hin oder her? So grauslich kannst du ja gar nicht ausschauen unterhalb, dass du so trainieren musst. Dann bleib daheim zum Pumpen, Alter. Hä? Da muss schon wieder zuhine gehen. Wo ist denn schon wieder der Spanner? Der ist zuhine. Das heißt, irgendwann haben wir schon wieder einen Depperte, der was ihrer wieder nachgepfiffen hat. Wo ist er, der Geschüttelte? Da drüben. Da, da, da. Alter, warte, nein. Der Nächste. Komm! Und kannst wieder umdrehen. Und Abflug! Aber ganz schnell! Wo ist der Depperte? Da! Geht schon! Verschwind! Aber hurtig! Aber hurtig! Ist aber ein geiles, wie soll man sagen? Easter Egg, nenn ich das einmal. Dass das da thematisiert wird bei dem Simulator. Nutzt ein Tausch hier aus. Die las ich jetzt nicht stehe. Da geht schon ein bisschen mehr. In der Umkleidekabine muss ich sowieso einiges noch ausbessern. Aber die Sachen kosten halt auch nicht wenig. Wenn du das jetzt da hernimmst, da bei der Umkleidekabine, die Tauschen alleinig sind halt echt schweineteuer. Machen wir noch jemals eine rein, dann machen wir noch einmal da und eins, zwei, drei, vier. Und da auch eins. Äh, mei, so, passt. Ein bisschen da, weil vorne schaut es echt gut aus. Da haben wir schon wieder so einen geschehenen. Verschwinden! Verschwinden sollst! Alter, immer den perversen Hund, Alter. Jetzt noch eine Kabine, damit sie sich ja alle brav umziehen können. Bänke machen wir aber, glaube ich, gescheiter da tatsächlich. Ich weiß zwar nicht, was die Bänke für den Sinn haben. Ich habe noch keine einzigen von den Leuten gesehen, irgendwas mit der Bank zum Tieren. Die kosten ein Tausender. Versch... Blechspind kostet ein Tausender, wisst's. Das ist schon wieder so einer. Alter, geschüttelter. Und Abflug! Aber schnell! Du Spanner! Und der Nächste! Verschwind! Verschwind, habe ich gesagt! Schaut, dass du mich da gewinnst! Komm, geht's zu eurem Mann aus Röhren, Alter! Fadlpappnen! Habe ich schon gerne, die Spannerei. Der duscht im vollen Anzug. Nicht nur, dass er ausschaut wie der Hitman, Alter. Er kann sich auch anscheinend... Weiß ich nicht, Alter. Er hat eine Nudel, Alter. Wie, 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 wie eine Stecknode, oder was. Dass er mit der vollen Montur in die Dusche geht. Umkleideraum, eine Dusche mehr. Weil das ist der nächste Spanner. Alter! Und man hat da gerade ein bisschen ein Spannerproblem. Geh raus, dass ich die blöde... Kau! Geh raus! Aber schnell! Jetzt brennt's auf der Batterie! Aber das war jetzt nicht, die Sonne! Boah, warte, nein. Schnavel, wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Der Zauberlehrling für Arme. Da! Schleich dich! Da ist Frauenumkleidebereich. Müssen wir auch noch umändern. Schau, jeder, einer! Alter, was tust du in der Damenumkleide, du Dreck-Sau? Schau, dass du mit da gewinnst! Wieso? Da, da ist ja noch einer! Ich werd's wieder! Oh, Abflug! Aber ganz hurtig! Alter, kommen wir jetzt nur noch perverse da rein, oder was? Ich bin nur... Alter, da steigen sie noch da rein! Ich bin nur am Leid hergeklatschen, Alter! Standard, passt! Nächster! Alter, Hund geht's um einen Augenarzt. Die Leichten ist ja rot, Alter! Mit was tröpfelst du denn deine Augen ab, Verlei? Der nächste, oder? Da gerade, Alter, weiß ich nicht, Alter. Wo sind wir gerade, Alter? Ich muss da drüben, weil ich bin noch nicht fertig. Du stinkst, Puppe, Alter! Du stinkst! So ein Gerät können die noch uns kaufen. Oder auch nicht mehr. Da fehlen jetzt da noch die Bänke. Und die spinnt, muss ich noch montieren. Sehr gut. Also jetzt, ein Duschkabin, noch mehr. Und ich bin zufrieden. Fünf Umkleiden sollten reichen. Und ich hab gesagt, vier Duschkabinen. Was hast du denn Duschen? Alter, der immer mit ihren... Da. Oh, die Toasts gehen uns auch schon aus. Ich muss Toasts kaufen. Und die Alte... Irgendwann haben die zu wenig Toasts im Angebot für mich. Warum ich da gewohnt? Ich glaub's auch, Alter. So, jetzt kann ich noch zwei Duschen kaufen. Dann bin ich eigentlich mit den Umkleidekabinen eigentlich zufrieden. Also, wer auch immer für euch gesagt hat, es gibt andere Wohnungen zum Kaufen. Ich hätte noch nichts wahrgenommen, wenn das geil soll. Also, ich find, so muss... Ich mein, ein paar Spinte, die... So ist ich noch zu über dem Müll. Ein paar Spinte mehr vielleicht noch, aber... Fünf Umkleidekabinen und vier Duschen pro Geschlecht sollten mir eigentlich reichen, oder? Was sagt ihr? Jetzt ab in die Kommentare mit deiner Meinung. Kann man die Mitarbeiter upgraden? Ja, man kann bessere Mitarbeiter kaufen, tatsächlich. Das geht schon, was ich gesehen hab. Das Einzige, was ich noch kaufen kann, schnö, ist... Noch eins von der Geräte. Einfach weiß kaum. Was genau. So, hier zu und zurück in unsere Bruchbode. Aber wo ich Level 6... Leute, wir haben Level 6 erreicht. So gar nicht so mitgekriegt. Geil. Also, ich kann euch den Simulator wirklich eigentlich für das Geld nur wärmstens empfehlen, tatsächlich. Aber wo du da auch immer eine neue Wohnung nehmen könntest, ich sehe auch nichts. Am Computer geht auch nur als Gym zum Ausrüsten. Wohnung geht nichts. Ich hab ein fettes Luxus-Gym, Alter, aber ich hab keine Wohnung. Geil. 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 Untertitelung. BR 2018